Wir haben gleich die Quest erreicht, aber die andere Quest ist eine volle Koffe entdeckt. Ja, mach dir nix. Ich mag meine Eis-SMG fest. Wenn wir gleich mit einer anderen Quest hier hin müssen, lache ich. Aber dann kämen wir den Weg wenigstens schon hier, nicht wahr? Ich bin doch irgendwo ein Gegner. Doch, Flieger. Okay, Punkt für dich. Leider. So, wie sieht's aus? Wo ist noch einer? Oh, was ist hier? Ja, draußen sind doch... Ach, langweilige Waffen. Boah, mittlerweile krieg ich die mit drei Schüssen von meiner Knarre kaputt, das ist echt cool. Wir haben auch sehr gute Waffen gekriegt. Ja, das stimmt wohl. Lol. Ja, danke nochmal, Bernd, ne? Jo. Lol, was wär? So, um mitkommen, hier drüben muss ich nicht fest sein. Boah, Alter. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal bitte genauso, wie du bist. Jungs, kommt mal ganz kurz zum Bad Ghost Rider. Und sagt mir, ob ihr denselben Fehler habt, den ich hab. Warte. Sitzt ihr bei euch auch? Ne. Nein, der steht bei euch. Das sieht so geil aus. Bei mir hat er die... Ähm, er bewegt sich ohne sich zu bewegen und als ob er sitzt auf nem Fahrzeug. Das ist mega lustig. Da unten ist die nächste... Hulk Smith! Ach guck mal, hier voll die Abkürzung. Hä? Ne, ne, aber da war doch noch ein... Das Ausrufezeichen habt ihr genommen, ja. Wir gehen jetzt rein. 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 Aber ich hab meinen Glücksball verloren. Könntest du ihn für mich sehen? Müsst du seinen Glücksball finden? Ernsthaft? Lass ihn doch, wenn er ihn braucht. Wir sollen einen Ball finden. Einen Ball. Nein. Seinen Ball. Seinen Glücksball. Boah, fuck you. An alle die Fragen, Frodo ist heute nicht dabei. Frodo ist erst ab nächste Woche wieder am Start. Mit Frodo zusammen, das wird ganz lustig. Heißt es dann nämlich auch Layers of Fear. Was ist denn das? Das ist ein Horrorschocker. Wieso sterbt ihr denn jetzt alle? Und wie komm ich wieder auf? Wie machen wir das mit Frodo eigentlich? Ist das egal. Ah, geil. Boah, Alter. Ach, ne, da. Moll. Weg, bitte. Der Kammerjäger bearbeitet die Visage des Systems mit einem regelrechten Chorepressing. So wird das gespielt, mein Volk. Du hast mich die ganze Zeit voll vergessen meine, meine Superfähigkeit. Ja. Wir sind jetzt erstmal so drei, vier Level voll OP wegen der Waffen. Naja. Es geht. Auch bei den Gegnern hier gilt halt, die Masse macht's. Äh. Ja, Alter. Aber ich hab doch noch was gemacht. Ja, irgendeine Granate schon wieder. Nicht, nicht, nicht. Töten doch. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Wenn ich bemerken dürfte. Braucht jemand einen Medikit? Sooo. Ich brauch einen Medikit. Wir mögen dich nicht. Wo ist es denn? Vielleicht merk's auch. Wann... Du bist immer noch bei mir in der Sitzanimation. Ah, stimmt. Flo, hast du eigentlich Loot für die Welt 2 schon hochladen? Warte mal. Bad, Bad, bleib mal bitte ganz kurz stehen. Ne, das... Ich muss das... Ich muss das einmal ganz kurz, äh, äh, fotografieren. Das sieht so gut aus. Warte. Das, das schicke ich jetzt... Das schicke ich jetzt... Das schicke ich jetzt... Das schicke ich jetzt... Okay. Die Welt 2 hätte ich gerne hochgeladen, aber das, äh, hat Twitch nicht mitgemacht. Wieso? Warte, bleib nicht stehen. Weil egal wie und egal womit, Oli hat's auch versucht, es ließ sich nicht runterladen oder irgendwo anders hin portieren. So. Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte es dir aufteilen können. Du hättest danach hochladen können. Du, wir haben's auch aufgeteilt. Wir haben's sogar irgendwann in 15 Minuten Parts aufgeteilt, die ich dann zusammenschneiden wollte und so. Es war technisch nicht drin. Alle... Alle Downloads, alles was versucht wurde, war entweder ohne Ton oder ist abgebrochen. Oh! Naja, ich hab immer einen... Warte mal kurz. Guck mal. Was geht das noch? Es ist ja immer noch da. Ja klar, aber... Dann Highlighter ist komplett, damit es dauerhaft hier... Wo ist denn... Äh... Ne... Anders gefragt. Wo müssen wir denn hin? Wieder zurück zu dem Handy. Und ihm seinen Ball bringen. Zu Boom-Shakalaka? Basejam. Hast du deinen Twitch-Account mit Dings verbunden? Mit deinem, äh... Mit Gamebank hier? Probier mal kurz das aus. Wenn ich sterbe, lass mich einfach sterben. Ich bin aber... Und ich hab hier noch so einen geheimen Spot entdeckt. Der Oli, Entdecker von geheimen Spots. Oli, das ist echt so ne... So ein Spürhund, oder? Ja. Wie schießt denn hier auf mich? Irgendeine Ballertöne. Der kleine Scaff-Badass. Ja, ich bin tot jetzt. Ja! Kann mich hier anders wieder beleben? Alter, hast du echt Nippel als... Als Dings benutzt, Flo? Kann sein. Kann mich hier anders wieder beleben? Ich bin hier unten. Aber das gilt nur für die ersten 10 Parts. Ja, Oli, äh, ich hab hier grad noch einen Badass. Okay, klar. Bin gleich tot. Nur in einer Sekunde. Ja, dann schaff ich's auch nicht mehr. Okay. Junge, wo fliegt denn der hin? Was müsst ihr denn machen? Müsst ihr den treffen? Äh, ne. Ich muss dir seinen... Sein Slam lang angucken. Aber irgendwie ist ja... Äh, was für ein Fehler kam, als sie es hochgeladen hat? Nein, der, der... Die Uploads oder so werden einfach... Oder Downloads werden einfach nie beendet. Oder? Ne? Echt jetzt? Woder, 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 woder... Sp... Woder, 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 woder... Oh fuck, ich bin gestorben. Echt? Ja, die Aufgabe war, slammen in den Korb, während du rennst. Also, hab ich mich angezündet. Während du bremst, echt? Ja, nein, das war die Aufgabe. Ich sterbe hier gleich, kann mich einer wieder beleben. Was machst du nur, weil dir einer sagt, du sollst es machen? Die Quest hat das gefordert. Aber da steht doch nur... Äh? Gescheitert? Ich hab mal testweise zwei Sachen hochgeladen. Sag mal, wenn das irgendwann mal... Ja, eine lange wäre halt interessant. Ich hab einen kleinen Hart hochgeladen, mal kurz, testweise. Hast du noch mal angenommen? So, während du brennst. Wie brenne ich denn? Ja, hier, anzünden. Nur dadurch? Ich brenne, ich brenne. Das ist doch scheiße. Wie lange geht das denn schon? Also wir sind hier schon mindestens seit zwölf Stunden am Streamen, oder? So, 24 Stunden Livestream. Mindestens. Gefühlt. So, jetzt brennst du ja noch nicht mehr. Achso, hat geklappt, oder was? Nee, gescheitert. Okay. Aber keiner von uns brennt. Achso, das ist ja auch nur die Plus, äh... Ja, scheiß drauf. Während du brennst, ist eigentlich relativ einfach. Wir machen ein Duell und ich zünde dich an. Ja, du musst dann halt auch noch da reinslammen, so, ne? Hast du das Ding? Du kannst dir die Quest neu holen. Ja, hol mal neu. Wie gesagt, dass wir den brennen, ist ja nur optional. Machen wir die jetzt halt ohne Brennen fertig. Äh, nee, die Quest... Flo, lande mal kurz. Mit 10. Wieso denn? Weil die Quest gerade wieder abgeworfen ist. Wer hat die Quest denn schon hier? Flo, wir. Wieso, lass mich das mal... Mir geht's doch nur, dass... ...dass man nicht brennen muss. Du darfst, Leute, ihr dürft nicht springen. Die Quest bricht automatisch ab, wenn ihr dann... ...wenn ihr springt. Jetzt... Jetzt wird Shinigami die gleich wieder abbrechen, jep. I'm sorry, aber ich war noch in der Luft. Ja, ja. Ich hab's jetzt früher. Ja, ja. So, ich mach das mal. Wenn du jetzt versagst. Alle guten Dinge sind 13. Jawohl. Nice. Schönes Ding. So machen wir das, Mädels. NBA Jam, anyone? Ja, ja. Ey, du hast immer noch bei mir die Sitzanimation. Das sieht so lächerlich aus. Dann brauchen wir mal eine Ladezeit. Alter, krass, wie muss ich... Die Musik, wie gut. Verdammt, ich krieg schon da Musik nichts mit, Leute. Da, 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 da. Geh doch mal raus kurz und gucke, was das bei dir mit dem Ton ist. Ja, Leute, ich muss hier mal kurz die Einstellung checken, aber... Will ich jemand anders dich ansprechen? Kette, bitte mal. Zurück zu dir, Stimme in meinem Kopf. Was? Okay, jetzt nächste... So, Intelligentes der Künstlichen machen wir jetzt. So, da hat es nicht alles funktioniert. Ich verstehe nicht, was da los ist. Das ist sehr weg weg. Wie kommen wir hier wieder weg? Na, zu unseren Karren zurück. Wo sind die? Das ist eine gute Frage. Ich springe jetzt... Boah, einer doch delicious Cosplay ist, ah. Finde ich nett von dir, danke dir. Leute, springt da einfach hier hoch. Ja, guck mal, ich glaube, du kannst hier abkürzen. Von der Seite zumindest. Also, wir können einfach... Ey, Leute, Leute. Springt auf das Jump-Hit und springt einfach hier hoch. So wie ich. Das heißt, kommst nicht hoch. Ich bin da hoch. Komm. Ich mach's wie bad. Auf die coole Art und weil sie so richtig männlich. Yeah. Dann will ich auch männlich sein. Das ist so. Es ist schön, dass du jetzt zum siebten Mal schreibst, dass du Borderlands 2 gespielt hast und sie so toll fandest. Müsst ihr alle immer so oft die gleichen Sachen spammen? Ja, lass sie doch. Das kann doch der Chat alleine regeln. Das wird ihm schon einer sagen, wenn's die anderen nervt. Wenn nicht, ist halt gut. Du bist so unentspannt. Ich mag es. Ich gucke immer auf den Chat und ich hab da so einen Reflex. Okay, einfach einatmen, ausatmen, tiefenentspannt sein. So. Halt hier ein bisschen das Ohr, äh, das, das Ohrleppchen und sagt Musa. Genau. Oh, scheiße. Ah, stimmt. Jetzt haben wir einen ganz schönen Weg vor uns, um da hinzukommen. Oh mein Gott, Snappy ist da. Ja, und sie hat gesagt, Bad stinkt. Ich hab mich nicht geduscht, kann stimmen. Das ist schon eklig. Ich war, ich war an der Arbeit. Wenn ihr jetzt nicht als Bademeister arbeitet, ist es nicht, keine Entschuldigung. Kamerosen und der Gapseli. Als, als, als Saunaaufgießer. So, wie kommen wir denn jetzt, können wir uns mal kurz konzentrieren und mal überlegen, wie wir zu dem scheiß Auftrag da hinten hinkommen? Das ist ja übelst weit weg. Die Scheiße ist ja hart weit weg. Okay, ich hab's gefunden. Wieder ohne Autos. Na, da muss ich doch reinfliegen können, oder? Nee, nee. Do the nee, nee. Versuch's mal gerne. Wir gehen schon mal rein, okay? Oh, da hinten kommen schon mal die Dicken. Ah, schon wieder Badass. Arschlöcher. Oh, ah, schön, Gegner. Ich stirb halt. Verreckt alle an meinem Dot, wenn ich euch treffe. Dot, Dot, Dot. Ich find, ich find, äh, Wilhelm, also Shinys Charakter, sieht zu krass nach, nach Gegner aus. Was? Ich schieße, ich schieße extrem oft aus Versehen auf dich. Jetzt, leider muss ich sagen, ich schieße auch oft öfter auf Shinny. Genau aus dem gleichen Grund. Okay, ihr seid alle so gemein zu mir. Du siehst einfach nur hässlich aus. Ja, gut, aber mein Charakter ist auch ganz okay. Wer Wilhelm heißt, hat auch nichts zu verstanden. Wilhelm ist ein superer. Der Wilhelm heißt, da ist auch... Baddreh, kriegst du den? Nee, das ist ein Badass. Was für ein geiler Spruch. Dammit. Ey, hier ist so eine riesen krasse Waffenkiste und so eine Elektro-Barriere davor. Ja, du könntest mal das Kabel verfolgen und gucken, wo das hingeht. Ich fack übelst ab, dass schon wieder Twitch-Alerts nicht funktioniert. Wie es kommt, dass Asus ausstreamt, ist ganz einfach. Ich dachte, was ein Flo kann, kann ich auch. Das ist ja alles nicht so schwer. Nö, an sich hatte ich schon länger mal mit dem Gedanken gespielt, ein bisschen zu streamen und dachte, warum das nicht auch mit meinem Job zu verbinden. Weil, was ihr alle nicht wisst, David ist Asus. Ich bin Asus, nenn mich Mr. Asus. Heißt, David Asus, der Franzose. Ich hab tatsächlich einen RG mit Sonnen, wie ich muss sagen. Weil ein bisschen represente ich dann doch gerne. Ich bin ja auch happy mit meinem Job. Da drüben ist ein Badass-Gaff. Machen wir den jetzt hier im Fernkampf knallt? Ja, ich kenne es auf meinen Sniper und dann schnapple ich den. Naja, ich bin nicht los ran. Nervt mich sonst. 960 Schnappel, nein. Bam, bam, bam. Er lebt doch halt nicht so lange. Ist ja nicht zu krass. Das ist halt übelst nice. Ich hab eigentlich... Ich fühl mich hier voll fehl am Platz. So, ob die richtige Richtung? Hoffentlich. Jaja, wir sind auf jeden Fall Richtung... Richtungstechnisch sind wir gut dabei. Jetzt kommen wir nach und nach. Fuck. So, falls im Chat, könnt ihr ja mal kurz schreiben, noch jemand von euch Erfahrung mit Twitch-Alerts hat. Kurz an Frage, die wir zu stellen. Ernsthaft? Die beiden haben hier geholfen, diese Riesenarmeen aufzubauen? Klingt gut. Eckere mich, wenn du was hast. Das ist auch ein schöner Username. Gorken-Salat. Gorken. Falls die Frage aufkommen sollte, ob unser Stream von Asus gesponsert ist, nein. Ich werde gesponsert. Noch nicht. Was? Seitenhieb. Seitenhieb. Soll das denn heißen? Auf was zum Rechner schließt du eigentlich? Ah, auf einem V-Box-Rechner. Danke, dass du fragst. Tatsächlich. Ich würde fragen schon die ganze Zeit morgen auch, wie das Stream ist. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich tippt. Morgen Abend bin ich, morgen Abend bin ich nicht, äh, in Berlin. Warten wir, wenn wir einen Frodo dran setzen. An einem Abend zog Mom ihre übliche Show ab. Wohl. Na ja, Wayne. So, was geht hier ab? Also nur, falls ihr euch da draußen fragt, ich spiele natürlich auf einem Asus-Rechner hier, ne? Äh, so. Es wäre jetzt blöd, was anderes zu sagen, ne?